Low-File-Beats zu produzieren ist verhältnismäßig easy. Jonte und ich haben uns ein Zeitlimit von 15 Minuten gesetzt. Ohne Samples, ohne Loops. So ein Sad-Vibe. Lass mal recorden. Drums. Vier Minuten noch. Ziemlich nice. Wie viel haben wir noch? 30 Sekunden. Öffnen wir. Hier haben wir die Gitarre weg. Das ist der Track. Das ist der Track. Das ist der Track. Bis zum nächsten Mal.